Kann es auch mit links. Aber Lukas Podolski nicht mit rechts. Saab aber kurze Unterwechung. Weil Podolski, glaube ich, Saab bei umgeschossen hat. Quasi unter Kölnern. Diese Szene in diesem Entscheidungsspiel zwischen Deutschland und Ghana. Hans Saab weiter den Ball hier mit voller Wucht vom kölnischen Trinzen ins Gesicht bekommt. Der wohnt in Köln im Bergischen Viertel. Wir haben es schon angesprochen. Mitten in der Innenstadt.